Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Coding Challenge. Heute geht es um Reverse Integer. Bevor wir uns aber angucken, was das für ein Problem ist, lasst mich euch nochmal ganz kurz die Campus Days der FHDW empfehlen. Wir hatten uns ja letztes Mal schon angeguckt, dass sie Campus Days in Berge-Stadtbach hatten. Dieses Mal gibt es Campus Days in Paderborn. Denn ja, auch dort hat die FHDW einen Campus. Das ist eigentlich der Plural von Campus. Sie haben nämlich mehrere Campi-Campusse? I don't know. Auf jeden Fall suchen die cleveren Studierende und brauchen dazu natürlich euch, weil sie natürlich euch ganz gerne hätten. Und ja, bei diesen Campus Days könnt ihr euch im Endeffekt einmal informieren über alles, was es dazu gibt. Das heißt, ihr könnt euch die Unternehmen angucken. Immerhin ist das ein duales Studium. Ihr könnt euch die Lehrkräfte angucken, die Berater angucken. Ja, im Endeffekt könnt ihr euch damit einfach mal angucken, ob das für euch passt und ob das was für euch sein könnte. Und deswegen merkt euch gerne mal den 26.03., also relativ bald vor, und zwar um 11 Uhr. Das Ganze geht ungefähr drei Stunden, das heißt bis 14 Uhr und ist natürlich in Paderborn, das heißt vor Ort. Das ist nichts Digitales oder sowas. Ihr könnt euch auch nochmal die ganzen Firmen hier angucken, die euch dann als Student haben wollen. Und ja, hier unten ist natürlich noch die Adresse. Alles findet ihr selbstverständlich auch in der Beschreibung. Okay, lasst uns einmal ganz kurz die Challenge angucken. Unsere Aufgabe ist, wir wollen Reverse Integer machen. Wir wollen ganze Zahlen umdrehen. Dabei haben wir hier die Zusicherung, dass es sich immer um ganze Zahlen handelt, die allerdings sowohl positiv als auch negativ sein können. Und ja, da kümmern wir uns dann am Ende drum. So, wenn wir diese Zahlen jetzt umdrehen, dann sollen die Ziffern einfach quasi vertauscht werden. Das heißt, aus 1337 von hinten gelesen ist das im Endeffekt 7331. Und aus minus 42 soll minus 24 werden. Das heißt, das Vorzeichen, das Minus, bleibt vorne. Okay, wir bekommen also nicht nur einen Testfall natürlich wie üblich, sondern wir bekommen eine Anzahl Testfälle T, ja, als erste Zeile. Und dann eben jedes Mal die Testfälle. Das heißt, die einzelnen Fälle sehen so aus. Also wir bekommen zum Beispiel eine 3. Dann bekommen wir also drei Zahlen, die wir umdrehen sollen, weil hier 3 steht. Dann haben wir 1337, dann eben die Zahl und die Zahl und die sollen wir alle umdrehen. Das heißt, unser Ergebnis soll natürlich nicht die 3 umdrehen, sondern wir wollen hier diese Zahl, diese und diese Zahl umdrehen. Das heißt, 7331, 8642 und die letzte Zahl hier einmal umgedreht. Wir haben hier auch wieder drei Tasks, das heißt drei Unteraufgaben. Einmal haben wir hier die Unteraufgabe, wir wollen, also T ist in jedem der Fälle kleiner gleich 100. Das heißt, wir bekommen maximal 100 Zahlen, die wir umdrehen sollen. Und unsere Zahl ist im ersten Task zwischen 0 und 2 hoch 31 minus 1. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum 2 hoch 31 minus 1? Damit sie halt in einen normalen Integer reinpasst, ja, egal in welcher Sprache. Ihr könnt das ja hier in mehreren Sprachen bewältigen. Danach haben wir hier Task 2, da geht es nur um die negativen Zahlen. Und danach haben wir Task 3, da geht es dann um alle Zahlen auf einmal, ja. Das heißt, eine volle Zahl, die halt alles sein kann, also positiv und negativ. Okay, und ja, wie machen wir das Ganze jetzt? Naja, wir fangen erstmal an. Also, wir bekommen ja erstmal eine Anzahl T-Testfälle, ja. Das heißt, was wir hier machen wollen, ist, wir wollen das natürlich für jeden Testfall machen. Wir sagen, wir wollen 4T in Range von Int von Input. Und ja, ich weiß, was jetzt viele von euch sagen. Ey, yo, nimm doch einfach diese Zahl 1337, mach ein String draus und dann reverse den String einfach. Aber meine Freunde, das ist Cheaten. Das machen wir hier nicht. Wir wollen das richtig mathematisch lösen. Wir wollen ja unsere grauen Zellen ein kleines bisschen anregen. Und in manchen Sprachen funktioniert das auch gar nicht so ohne Probleme. Das heißt, wir wollen hier das tatsächlich berechnen. Nicht einfach nur, ähm, also wir wollen einen Algorithmus schreiben. Nicht einfach nur hier ein bisschen Cheaten und dann mit Strings rumhantieren. Nee, machen wir nicht. Okay, also, ähm, was jetzt also hier passiert ist, wir lesen uns das T ein, sprich die erste Zeile. Das wäre dieses Int von Input. Ähm, wir brauchen Int, also die Konversion in ein Int, weil Input liefert mir immer einen String zurück. Das heißt, ich lese hier eigentlich sogar einen String ein und konvertiere den dann in ein Int und das ist eben in der ersten Zeile natürlich mein T. Mein T brauche ich aber eigentlich gar nicht. Ich könnte hier auch genauso gut einen Bodenstrich reinschreiben, weil ich brauche diese Zahl nie wieder. Ja, ich muss ja einfach nur hier das genauso oft machen, wie es hier steht. Mit der Zahl selber mache ich ja nichts. So, und was wir dann machen wollen, ist, wir wollen natürlich die nächste Zahl einlesen, sprich unsere erste Zahl, die wir wirklich umwandeln wollen. Und zwar mit Int von Input, dann bekommen wir auch wieder die Zahl zurück und wir wollen die natürlich dann in eine Funktion geben, zum Beispiel Reverse Integer. So, Klammer, Klammer. Und die wiederum wollen wir dann auch natürlich ausgeben, ja, Print. Das heißt, Print, Klammer, Klammer. Und ja, das ist im Endeffekt unsere grobe Struktur. Das heißt, wir haben hier, gib aus, Reverse Integer von Int von Input. Das ist quasi, was hier steht. Jetzt haben wir hier natürlich noch nicht diese Funktion, diese Funktion Reverse Integer gemacht oder benutzt überhaupt, beziehungsweise geschrieben. Und die definieren wir hier. Das heißt, wir bekommen eine Num, eine Zahl geliefert. Das ist natürlich unsere Eingabezahl, die wir umdrehen wollen. Und wie machen wir das Ganze jetzt? Naja, wir fangen erstmal nur an mit den positiven Zahlen, ja. Den Rest gucken wir uns nachher an. Das ist jetzt ein bisschen mathematisch, ist aber trotzdem ein recht schöner Algorithmus. Und zwar, wir definieren uns erstmal ein Result. Unser Ergebnis soll am Anfang gleich 0 sein. Und wir wollen dann nach und nach das draufrechnen, was wir da bekommen. So, und am Ende geben wir natürlich unser Result zurück. Das sind quasi unsere Bausteine hier. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie eine Zahl aufgebaut ist. 1, 3, 3, 7. Ja. 1.337. Und wir wollen daraus 7, 3, 3, 1 machen. Dann wäre es doch sinnvoll, die letzte Zahl draufzurechnen und dann mal weiterzumachen. Das heißt, was ich hier mache ist, ich gehe her und berechne Result als, naja, erstmal die letzte Ziffer. Wie bekomme ich die? Ich möchte alles andere abschneiden. Hier gibt es etwas ganz Tolles, das nennt sich Division mit Rest. Ja. Ihr kennt das vielleicht noch aus der Grundschule. Das nennt sich in der Informatik Modulo. Und Modulo kann man theoretisch nicht nur rechnen mit 10er Stellen, sondern mit allem, was ich machen möchte. Ich kann aber hier auch einfach sagen, ich möchte diese Zahl hier, beziehungsweise irgendeine Zahl, Modulo 10 rechnen. Das bedeutet, ich teile sie durch 10, also 1.337 geteilt durch 10. Ich dürfte einmal kurz Ganzzahldivision machen. Das heißt, diese 7 hier hinten wird quasi als 0 interpretiert. Dann habe ich 1.330 geteilt durch 10, wäre 133. Okay, cool. Aber die 7 habe ich ja dann verloren. Und genau dieser Rest, diese Division mit Rest, ja. Wenn ich 133 mal 10 rechne, dann fehlen mir diese 7. Und diese 7, genau die möchte ich jetzt haben. Das gibt mir mein Modulo zurück. Das heißt, ich sage hier einfach Num Modulo 10. Und das ist dann im Endeffekt meine Einerstelle, ja. Diese 7 hier. So, okay. Wenn ich jetzt also aber gesagt habe, ich möchte die Zahl durch, äh gleich, Number durch 10 rechnen, dann bekomme ich hier aus 1.337 133 zurück. Die 7 wird einfach fallen gelassen. Achtung, wenn ich hier das Ganze so rechne, dann bekomme ich eine Gleitkommazahl zurück. Mit Durchdurch kann ich das Ganze direkt einfach als Ganzzahldivision machen. Das heißt, so habe ich im Endeffekt, ähm, sofort die 7 wegrationalisiert und sage dann halt, ja gut, dann Rest ist mir hier egal. Weil den Rest verarbeite ich ja hier oben. So, jetzt mache ich das noch ein bisschen hübscher. Und sage hier nicht, ähm, dieses Num gleich Num bla bla bla. Sondern ich sage Durchdurchgleich. Ähm, das ist dann in einer Zeile geschrieben. So, was ich hier also habe, ist erstmal, ich sage, okay, mein Result soll bitte die letzte Zahl von meiner Zahl sein. Danach möchte ich die Zahl quasi um die letzte Stelle einfach löschen. Die letzte Stelle quasi weg davon. Ja, das ist das, was hier steht. Also, aus 1.337 mach 133. Das wird unsere neue Num. So, wir müssen das offensichtlich in eine Schleife packen. Und wir machen das jetzt, solange unsere Zahl, ähm, weil unsere Zahl größer als 0 ist. Irgendwann wird die nämlich 0 werden, weil wenn wir halt die 1 auch weg haben, ganz vorne, dann ist da nichts mehr übrig. So, also, jetzt haben wir allerdings natürlich ein Problem. Ähm, wenn wir jetzt das einmal gemacht haben, ja, wir nehmen uns die 7 und schreiben die in unsere neue Zahl rein. Das heißt, aus 1.337 wird 133 und unser Ergebnis ist 7. Wenn ich jetzt allerdings hier jeweils neu zuweise, dann vergisse ich einmal, was ich davor drin stehen hatte. Das ist ein bisschen doof. Deswegen nehme ich einfach das, was ich aktuell in meiner Zahl drin stehen habe, sprich 7 nach dem ersten Durchlauf, und mache hier mal 10 draus. Das heißt, Result mal gleich 10, ja. Und dann sage ich hier plus gleich Num modulo 10. Was hier also passiert, ist folgendes. Wir machen das jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Im ersten Schritt ist hier 0 drin. 0 mal 10, naja, ups. Äh, sorry. Mal gleich 10. So, ähm, 0 mal 10, naja, ist halt 0. Das heißt, hier kommt 0 bei raus im ersten Durchlauf. Dann sagen wir hier, okay, plus gleich Number modulo 10. Das wäre dann also alles, was vorne dran ist, abschneiden. Wir behalten die letzte Stelle. Ja, modulo 10 ist ja quasi die letzte Stelle. Das heißt, 7. Okay, cool. Das heißt, ich habe jetzt hier 7 drin stehen in meinem Result und 133 in meiner Number. Ich schreibe das hier oben mal hin. Res. Ah, ja, wir sind in Python, mein Freund. Wir sind in Python, nicht in irgendwas anderes. Res 7. Ähm, also Res ist jetzt mein Result. Ich mache das ein bisschen kürzer jetzt hier. Und Number ist 133. So. Was ist denn 7 mal 10? Das ist 70. Das heißt, 70 plus die letzte Stelle, also 3. Okay, dann haben wir 73. Dann sagen wir hier, also wir haben 73 in Result drin stehen und wir wollen geteilt durch 10 machen, ignorieren aber die letzte Stelle. Das heißt, wir machen es als Ganzzahl-Division und haben hier noch 13 drin stehen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Dann steht hier in Result 730 drin. Dann rechnen wir die letzte Stelle wieder drauf. Das heißt, 733 und löschen die letzte Stelle wieder. Das heißt, wir haben 733 und 1 in der Number drin stehen. So. Also wieder mal 10. Das heißt, 7330. Das wäre diese Zeile. Dann haben wir hier plus gleich die letzte Stelle. Das heißt, hier eben diese 1. Das heißt, hier wird 1 draufgeschrieben. Und dann Number durchgleich 10. Naja gut, Number durchgleich 10. Das heißt, ich teile das hier geteilt durch 10. Naja, was ist 1 durch 10? Wäre theoretisch 0,1. Da wir aber die letzte Stelle ignorieren, ist das im Endeffekt das Ergebnis 0. Und deswegen sagen wir hier, wir machen das nur, solange wir Number größer als 0 haben. Weil eben mit 0 können wir aufhören. Das ist quasi unsere letzte Stelle dann gewesen. Und dann sind wir fertig und geben das Ergebnis zurück. Okay, super. Jetzt haben wir nur noch eine Sache. Also das würde jetzt tatsächlich schon mal den ersten Teil hier lösen. Das ist jetzt allerdings bloß das Ergebnis für unseren Task 1. Wir haben ja noch die negativen Zahlen. Wie gehen wir mit denen um? Also die machen wir in einem ganz geilen Trick. Wir wollen das hier nicht umschreiben. Wir wollen nicht unterscheiden, ist das jetzt eine positive oder eine negative Zahl. Wir merken uns einfach, ob das eine positive oder negative Zahl ist. Und machen sie positiv. So, was wir also machen ist, wir schreiben hier eine Negative gleich 1 rein. Wenn Negative gleich 1 ist, passiert einfach gar nichts. Und ich mache am Ende einfach Result mal Negative. So, das ist quasi mein Vorzeichen. Ich kann es auch Vorzeichen nennen, wenn ihr wollt. Und ja, das ist sozusagen keine Änderung. Ich kann ja hier 7331 mal 1. Macht keinen Unterschied für mich. Was ich jetzt mache ist allerdings, wenn meine Zahl, also meine Nummer, ich mache hier mal einen Extra-Block rein. Wenn meine Zahl kleiner ist als 0, dann bitte mach doch Negative auf Minus 1. Und sagen wir hier Number mal gleich Negative. So, okay, was genau macht das? Naja, wir erkennen hier, meine Zahl ist kleiner als 0. Sprich, es ist eine negative Zahl. Dann soll sich bitte was ändern. Und dann setzen wir hier eben unser Vorzeichen auf Minus 1. Und rechnen schon mal Vorzeichen mal Zahl. Wenn meine Negative gleich 1 ist, macht das überhaupt keinen Unterschied. Ja, dann bleibt meine Zahl einfach genau mal 1, also meine Zahl. Wenn das Vorzeichen allerdings Minus 1 ist, dann drehe ich meine Zahl wieder um, sodass sie positiv ist. Und das heißt, nach dem Schritt hier habe ich auf jeden Fall eine positive Zahl. Weil das Vorzeichen, falls es eins gab, ist ja danach weg. So, das heißt, hier verfahre ich einfach, als hätte ich eine positive Zahl. Und am Ende, ich habe mir gemerkt in meinem Negative, ob die Zahl negativ oder positiv war. Das heißt, am Ende habe ich hier Minus 1 drinstehen, falls sie negativ war. Und Plus 1, falls sie positiv war. Und rechne einfach das auf mein Result drauf. Wunderbar. Ob ihr das hier einrückt oder nicht, ist völlig egal. Das macht keinen Unterschied. Weil, wie gesagt, wenn wir es hier einrücken, dann passiert das nur, wenn eben unser Vorzeichen negativ ist. Wenn wir es nicht einrücken, dann passiert es halt nur, oder dann passiert es halt immer. Aber es macht nur einen Unterschied, ob es jetzt hier Minus 1 ist. Also, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und ja, das ist tatsächlich eigentlich unsere Lösung für das Ganze. Zumindest in meinem Kopf. Das heißt, wir sehen hier, die Examples laufen zumindest durch. Das sind aber nur diese drei Examples. Die richtigen Testfälle, die werden erst beim Submitten wirklich durchgerechnet. Und das habe ich jetzt mal eben gemacht. Und wir sehen, dass es tatsächlich direkt beim ersten Anlauf gelöst wurde. So, und jetzt könnt ihr natürlich hier auch wieder, also wir haben tatsächlich alle drei Tasks auf einmal gelöst. Wunderbar. Und jetzt können wir hier tatsächlich auch auf die Challenge nochmal kurz zurückgehen. Und ihr könnt hier euch das Leaderboard mal angucken. Das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Das haben schon einige Leute vor mir das Ganze gelöst. Aber, wie gesagt, ihr könnt euch das auch selbst angucken. Und ja, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut definitiv an der Stelle nochmal kurz gesagt bei der FHDW vorbei. Die haben wirklich ein sehr, sehr cooles Studium für euch zur Verfügung gestellt. Und das haben wir auch tatsächlich schon einige Leute in den Kommentaren geschrieben. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Also, ja, schaut da gerne vorbei. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.